Okay, guten Tag zusammen. Nächste Programmvorschau hier am Stadt am 6.9.2023. Ein Punkt wird sein, wann stattet der Dritte Weltkrieg, wobei das so jetzt nicht stimmt, denn der zweite ist ja immer noch nicht beendet. Aber so hieß es dann halt im Artikel. Es gibt natürlich noch einiges mehr. Könnt ihr dann wieder schauen, hören bei VK, Odyssee, Bitschut oder Rambl und dann vielleicht hoffentlich bis gleich. Tschüss!